Wenn ihr euch entschlossen habt, dass ein Hackathon das Richtige ist, um eure Ziele zu erreichen und alle Basics festgelegt habt, geht es nun in die konkrete Planung. Daher zuerst noch einmal zurück zum Thema eures Hackathons. Ein grobes Thema habt ihr bestimmt schon festgelegt. Bei uns ist das E-Accessibility, also digitale Barrierefreiheit. Nun müsst ihr dieses Thema aber in Slogans oder Titel verpacken. Bedenkt dabei mögliche Assoziationen. Bei Hackathon erreicht ihr bestimmt eher Personen, die schon wissen, was das ist. Möglicherweise werden Personen, die nicht programmieren können, davon abgeschreckt, weil sie ein bestimmtes Bild im Kopf haben. Wir haben uns zusätzlich für Challenge entschieden, um auch Personen zu erreichen, die sich generell gerne Herausforderungen stellen. Beim Hackathon sollen kreative Lösungen für Problemstellungen gefunden werden. Vielleicht waren diese Problemstellungen für euch der Anlass, überhaupt einen Hackathon zu planen. Vielleicht wollt ihr aber einen Hackathon ausrichten, um interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und ihr habt noch keine genaue Problemstellung. Dann müsst ihr euch an diesem Punkt eine überlegen. Problemstellungen können von betroffenen Personen selbst, von Kunden und Kundinnen, von der Führungsebene oder vom Projektteam kommen oder natürlich aus der Fachliteratur genommen werden. Eine gute Formulierung einer Challenge ist wichtig, damit alle wissen, was zu tun ist, damit die Ergebnisse auch wirklich zur Problemstellung passen, also eine Lösung für die Problemstellung bieten und auch in gewisser Weise standardisiert sind, zum Beispiel durch bestimmte Coding-Standards oder die Veröffentlichung in einem Format, das von anderen weiterentwickelt werden kann. Eine gute Problemstellung sollte also möglichst spezifisch sein, möglichst viele Kontextinformationen liefern und natürlich zum Thema des Hackathons passen. Zusätzlich könnt ihr Rahmenbedingungen definieren, an die sich die Teams zwingend halten müssen. Beim Formulieren von Problemstellungen hilft es, sich die Fragen zu stellen. Warum ist das Problem ein Problem? Wer soll von der Lösung profitieren? Was ist das Ziel? Womit, also mit welchen Ressourcen, soll das Ziel erreicht werden? Hier zum Abschluss ein paar Beispiele von unserer E-Accessibility Challenge. Wie kann eine Lehr- und Lernkultur an der Hochschule durch Lifehacks gefördert werden, um digitale Barrieren gar nicht erst wirken zu lassen? Ein zweites Beispiel, wie kann die Hochschullehrer durch technische Lösungen zugänglicher für Studierende mit Behinderung gemacht werden? Die Lösungen sollen in Gruppen erarbeitet werden, im Austausch mit Mentoren und Mentorinnen, also Menschen mit Behinderungen entstehen und im besten Fall mit bestehenden Systemen oder Angeboten an eurer Hochschule verknüpfbar sein.